Vom Prozentsatz her bürgerlich in dem Sinne, dass die vorher einen bürgerlichen Beruf hatten und eben nicht Funktionäre sind und Berufspolitiker sind. Die anderen Parteien sind doch mittlerweile sehr stark durch Berufspolitiker dominiert und das ist nicht gesund. Und die AfD hat einen hohen Anteil von Parlamentariern, die aus bürgerlichen, normalen Berufen kommen. Aber die AfD hat natürlich auch einen starken rechten Flügel unter Björn Höcke. Das hat man im Interview mit BILD TV ganz schön gesehen. Da hat man ihn ja, dem Björn Höcke, quasi als Schild vor sich hingestellt. Sie haben ihn dann weggefegt. Und der Meuthen, der ehemalige AfD-Vorsitzende, ist jetzt ausgetreten wegen im Grunde eines Rechtsrucks, wie er sagt. Da stehen Sie dann vielleicht doch ein bisschen alleine mit der Einschätzung, dass das vorwiegend bürgerliche Kräfte sind. Dieses Narrativ, das langweilt mich, das ödet mich fast an, weil das seit vier Jahren oder fünf Jahren... Aber wenn der eigene Vorsitzende oder quasi der ehemalige Vorsitzende aus der Partei austritt, also der Meuthen, und sagt, die Partei ist nur zu rechts, dann ist das ja jetzt gerade passiert. Nein, Sie kommen jetzt an was ganz, an einen neuralgischen Punkt. Das hat er ja schon immer oder nicht immer. Im Gegenteil, er hat ja früher, war er auf den Küffhäuser. Ich war da nie. Er war in Schnellroder. Also er war in diesen ganzen Dingen, die man jetzt als extrem rechts bezeichnet. War ja präsent und hat sich da auch mitwählen lassen. Ich war dort nie in diesen Städten und in diesen Orten. Das sind bei Meuthen persönliche und charakterliche Probleme bzw. Eigenschaften, die ihm jetzt dafür... Das darf ich so sagen, mehr will ich dazu nicht sagen. Also es war eine persönliche Sache und er hat dieses Narrativ schon länger gespielt. Und sagen wir mal, die Öffentlichkeit spielt insgesamt das Narrativ. Also damals, als Lucke austrat und Meuthen wurde Sprecher, da rückte die AfD nach rechts und dann trat Petri aus. Dann rückte die AfD wieder nach rechts und jetzt rückt sie wieder nach rechts. Irgendwie kommt sie wieder ganz links an, weil sie so oft umgerückt ist. Also es wird pausenlos wiederholt und das ist ja das Problem bei Propaganda. Es geht ja um die Sachfragen. Und Tino Coppola und Alice Weidel, die mich letztlich vorgeschlagen haben, die habe ich natürlich auch im Rahmen der Rasmus Stiftung kennenlernen dürfen. Tino Coppola ist ein Handwerksmeister, dem die sozialen Fragen sehr am Herzen liegen. Es liegt ihm auch Friedenspolitik, also Ausgleich in Europa, auch Entspannung mit Russland liegt ihm am Herzen. Es liegen ihm viele Themen am Herzen, die mir auch am Herzen liegen. Und da gucke ich dann nicht durch die Parteipolitik. Alice Weidel hat, glaube ich, bei Goldman Sachs gearbeitet. Da könnte man dann vielleicht andere Vorwürfe machen. Also sie war eben auch, sie war Starstudentin, also glaubt die Beste ihres Jahrgangs. Blitz gescheit. Aber gehören die beiden für Sie zum bürgerlichen Lager der AfD? Das sind bürgerliche, zutiefst. Also Tino Coppola, bürgerlicher geht nicht. Ein Handwerksmeister, ein sächsischer Handwerksmeister, der sich nie in irgendwelchen rechten Zirkeln als junger Mensch herumgetrieben hat, der in der DDR sozialisiert ist. Alice Weidel, das genaue Gegenteil aus Westfalen. Sie hat ja auch einen unkonventionellen Lebensstil und eine unkonventionelle Familie. Also das sind für mich absolute Bürgerliche. Die sind bürgerlicher als viele in den anderen Parteien. Nochmal zu Ihren Anliegen. Ein paar haben wir jetzt schon gehört. Was würden Sie noch ändern an der Politik Deutschlands, wenn Sie könnten? Gut, das Thema Mittelschicht, da habe ich auch viele Vorträge im Netz, also Sozialkontrolle der Finanzmärkte. Das war mein erstes Thema auch als Finanzmanager, mit dem ich quasi auch in der Öffentlichkeit rumgereicht wurde. Diese Kandidatur selber ist natürlich ein Zeichen gegen Ausgrenzung. Das werden natürlich viele von denen, die sagen, wir sind diejenigen, die gegen Ausgrenzung sind. Deswegen reden wir nicht mit der AfD. Also ist ja schon paradox. Also das ist natürlich ein Zeichen, was sehr kostspielig ist, auch was mich viele Opfer kosten wird. Die Friedenspolitik, die im Moment extrem wichtig ist. Ich habe heute einen Tweet abgesetzt, dass jeder Deutsche, jede Deutsche bei der internationalen Lage eigentlich nur ein Ziel haben kann, den Frieden. Und dann ist natürlich die Frage der Grundgesetze und des Grundrechts, der Grundrechte, die ja eine elementar wichtige Frage für einen Bundespräsidenten sind. Der hat ja nicht viele Kompetenzen, aber er muss auf die Verfassung achten. Er muss auf die Verfassungsordnung achten. Er muss achten darauf, ob Gesetze verfassungsgemäß sind. Er fertigt sie aus. So heißt das im Grundgesetz, ich glaube Artikel 86. Also ausfertigen heißt, er muss sie unterschreiben. Erst dann treten sie in Kraft. Und in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik ist es nur neunmal passiert, dass das nicht war. Und Horst Köhler hat es zweimal nicht gemacht. Dann muss er zurücktreten. Das war ein ganz integrer Mann. Er war Staatssekretär im Finanzministerium. Er hat bei einigen Gesetzen gesagt, das mache ich nicht. Und da war auch schnell sein Rücktritt da. Also ich würde darauf achten, dass das Thema Versammlungsfreiheit, was ein Grundrecht ist, was im Grundgesetz steht, wieder wirklich gilt. Denn ich glaube schon, dass es extrem eingeschränkt ist durch die sogenannte Pandemie. Ich würde darauf achten. Das findet ja der amtierende Bundespräsident auch richtig so. Also seinen Äußerungen zufolge. Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren und wehrt euch gegen diese Leute, die auf die Straße gehen. Also so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Er ist eben kein Präsident, der den Dialog über alle Gruppen sucht. Und diejenigen, die auf die Straße gehen, machen mal locker 10 Prozent unserer Bevölkerung aus vielleicht auch 15 oder 20. Das ist eine Größe, die man nicht wegdiskutieren kann. Und da sucht man das Gespräch. Und da muss man als Bundespräsident den Dialog suchen. Man muss vereinen. Man darf nicht ausgrenzen. Und da hat er zumindest nicht genug getan, um gegen die Ausgrenzung anzugehen. Das wäre das Wichtigste, dass man also den Dialog sucht. Ist er ein guter oder ein schlechter Bundespräsident? Das möchte ich so nicht sagen. Also ich sage, man könnte mehr tun, um die Grundrechte zu wahren. Man könnte mehr tun, um die Versammlungsfreiheit zu wahren. Man könnte mehr tun, um Versöhnung im Land zu suchen. Also so rum würde ich das mal sagen. Also so rum würde ich das mal sagen.